Kundin, guten Morgen, ich brauche ein spezielles Waschmittel für Gardinen. Drugist, hier haben wir was Spezielles. Und dann noch eine Flasche Ajax Glasreiniger. Kundin, wozu denn Glasreiniger? Drugist, na, wenn schon die Vorhänge strahlen, müssen doch auch die Fenster blitzen. Kundin, Sie haben völlig recht, danke vielmals. Drugist zum Lehrling, siehst du, so wird das gemacht, jetzt kannst du weitermachen. Neue Kundin, grüß Gott, ich brauche eine Schachtel Tampons. Der Lehrling sucht, findet die Ware, stellt sie auf den Ladentisch und dazu eine Flasche Ajax Glasreiniger. Kundin, das habe ich aber nicht verlangt, wozu denn den Glasreiniger? Lehrling, na, wenn Sie jetzt ohnehin keinen Sex haben können, haben Sie ja Zeit zum Fensterputzen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.